so meine damen und herren da machen wir weiter mit der kampagne mit mission nummer drei spionnase schule da bin ich glaube ich von drei strafschüssen mit russ aber ich habe ein dossier refering to something called operation kraken das dossier also details a high level meeting about to take place at beaumont sandany in attendance forgotten kapitann seidel kriegs marine german navy obersturmbann führer richter ausland sd nazi foreign intelligence obersturmbann führer sauer molders representative hopterman brühl head of security local resistance says he's a crack shot it's quite the guest list operation kraken has to be something big but that's never stopped me before high ranking nazi officers highly secure fortress shouldn't be a problem fabian richter he's on so e's kill list and this beatings guest list lucky him so 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das war's für heute. 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 Ja, gut. Das war's für heute. 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 So war's für heute. Achtung! Granate! Achtung! 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 Okay, this will help. 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 Okay. Okay, this will help. 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 Das war's für heute. also die nicht so gut nicht so gut Okay, das haben wir. Es ist auf den Treppen. Es ist auf den Treppen. Der andere muss genau irgendwo dastehen. Das ist auf den Treppen. 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 Digger, wie tief muss ich denn hier gehen? ich habe kreis gedrückt es ja die ist richtig nur jude und kanacken bleiben die ich hasse es wie die fest weißt du musst 50 mal drauf zielen willst du machen beim schossen bist du bist tot einfach nur die behinderte ich kann zwar schämen uns auf authentisch ist ja aber nicht auf ziegel ist so fängt man die schulter weh zu tun ich hab schon jetzt zwei genau das kann ich den machen eigentlich ist nur rein und raus so ungefähr noch ich finde es blöd dass er sich ran hängt die das sind keine 50 meter die du fällst auf jeden fall muss ich hochkommen ok da sind zwei die bekomme ich dann bis ich komme ich bin komplett falsch was was ok war ist zufalt ja auf einmal kompletter fucking alarm den willst du mich komplett verarschen ja drückt doch den scheiß alarm du bastard ja die kommen ihr seid behindert wo habe ich da bitte alarm gemacht wie ist man die doch mal durch die tür und bleibt da nicht stehen wie ein kanacke alter ich hasse es ja wenn du irgendwelche fakten tausend wege nehmen musste ja die warum soll ich da hochklettern die weder nicht weiter kann was ist das für eine logik ding und guck mal da andere da kannst du an und denkst du wenn es ja nicht weiter geht wird auch nicht hoch getan du bastard meine fucking fresse ja 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 I think I've grabbed all I can. Und ich habe das noch mal zu lang. Mann, ich bewege mich nach vorne, Digi. Und da meinte ich einfach so bescheuert stehen zu bleiben wie eine kleine Pussy, Digi. Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2021 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 ich habe die schmutzel am volk von der scheiße denn jetzt noch gleich eine millionen jüdischen kann nacken soldaten reine lasst mich der braten matzeln ist tausend mal einfacher als wenn jeder fünfte bastard sich irgendwann versteckte wie ein schlitz euer kanadischer judo war heim tut gleich 15 mal alarm backen drückt die logische post haben scheiße dicker auf die ich dann kann doch nach aber mein scheiße was anderes zu tun die ich drück nach vorn und er geht nicht was ist das für eine scheiß bastarden logik oder wenn ich vor so scheiß truhe sitze und ich sag schloss knacken dass er gefühlt 30 millionen jahre braucht um das auszulösen dicker die beschissenste logik überhaupt die allein schon dass das wir rauskommen machen von wegen du kannst du nicht mehr busch was stecken die behindert digga behindert dinge in der ps viel besser noch so gut gelobt das kannst du das spiel eigentlich komplett in den tonne treten man die wiese texte mit auf 100.000 geknackt wieder jahren du passt das mit z mal die ich bleibe mal ein politischer schalter dann fällt dann noch 20 mal du huren sohn ok 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 meetings being held beneath the bell tower time to get climbing ok 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 Ich werde alles gut sein. Ich hab da noch keinen Bock mehr drauf von einem Bastardenscheißer Dicke 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 Ah, damn. Das ist noch ein langer Weg nach der Belltower. Ich hätte lieber immer aufhören. Du wirst immer wissen, was ein Körper kann behalten. Das ist noch ein langer Weg. Ja, also nach der Mischung habe ich auch, da habe ich keinen mehr Fall dazu machen. Der Kraken läuft gleichmäßig weiter. Die Produktion der Fabrik bleibt zufriedenstellend. Und, was noch vielversprechender ist, die Ergebnisse aus der Forschungseinrichtung ermöglichen erste Feldtests. Ausgezeichnet. Unsere Rekruten hier werden immer besser. Sie leben, essen, trinken und träumen sogar auf Englisch. Schon bald würden ihre eigenen Eltern sie nicht mehr für Deutsche halten. Germans in Occupied France. Speaking English? Interesting. Das ist Richter auf der Mist. Und ein letzter Officer für Kraken. Das ist Sourdead. Sie müssen Mauler eine Message senden, und schäuern Kraken. All the officers involved with the meeting are dead. Not exactly subtle, but should slow down whatever Kraken is. This'll come in very useful. Got all the information I need. But this dossier will make for solid proof of Kraken. All right, time to get off the island and start taking down Kraken. Das ist die Übergangs, die Quergebäude schwer sind. der Fenster ist die Übergangs, die untertitelung von Kraken sind. Mit der Fenster hat sie ja schon seitdem nicht mehr drauf geblieben. Dały размер Erläuerung von der Fenster ist vor, der Fenster ist nicht so weit aufgeräum. Das ist das Begleitende. Das ist die Übergangs. Der Fenster ist die Übergangs. Der Fenster ist mit dem hierfür GUESS. Der Fenster ist ein bisschen so weit aufgeräum. Der Fenster ist ein bisschen rein. Der Fenster ist ein bisschen mehr erlaubt, ein bisschen mehr über Ponsel ist. Der Fenster ist der Fenster ist im nächsten Jahr. Der Fenster ist ein bisschen mehr überwärts, überwärtschlauchización, das ist das Ganze nicht mehr ist. Hallo? Hallo? Geh doch mal da rauf, du Bastard! Geh doch mal da rauf, du Bastard! Geh doch mal da rauf, du hast doch mal da rauf. Du hast doch mal da rauf, du hast doch mal da rauf. Du hast doch mal da rauf. Ich bin ja da rauf. Allein schon... Digi... Die Quergebäudesparren sind baufällig. Ja, was soll ich mir jetzt sagen, Digi? Komm, geh mal ein bisschen schneller. Digi, du sollst komplett runter. Ich bin ja schon auch mal schön, dass es mir anzeigt, wo ich die Scheiße platzieren muss. Ich bin ja schon. Ich bin ja schon. Ich bin ja schon. Okay. 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 Digi, die... Mann, die Mission habe ich... Digi! Oh! 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 Ah! Ah! Kartenmarkierung! Willst du mich verarschen, dass du mit 35 Metern in der Luft bist? Du... Bastards! Ja, ich dieses Spiel, ne? Ich bin noch nicht mal andersweise dran, du Affe! Hallo! Uh! Genau. Ja! Ja! Da ist es! Ah! Ah! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020